Wir haben uns mit dem Digital Earth Projekt beworben und wir, das sind Forscher aus acht verschiedenen Helmholtz-Zentren, die alle im Bereich Erde und Umwelt arbeiten. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit so Themen wie Klimawandel und Ursachen und Auswirkungen von Naturkatastrophen. Und wenn man sich mit so komplexen Themen beschäftigt, dann reicht es leider nicht, die nur aus der Sicht von einem Fachbereich zu bearbeiten. Und deshalb arbeiten bei Digital Earth Geowissenschaftler aus ganz verschiedenen Bereichen, zusammen mit Mathematikern und Datenwissenschaftlern, um die Forschungsdaten, die wir schon haben, möglichst innovativ zu nutzen. Wir erstellen zum Beispiel integrierte digitale Workflows oder entwickeln Software für die visuelle Datenexploration und benutzen Machine Learning Methoden, um komplexe Datensets zu analysieren. Und ein Beispiel dafür, was wir schon geleistet haben in Digital Earth, ist der Flood Explorer. Das ist eine Sammlung von digitalen Workflows. Die Wissenschaftlern hilft ein Extremereignis, zum Beispiel die Elbeflut von 2013, vom Anfang bis zum Ende im Meer nachzuvollziehen und zu modellieren, wie sich die Häufigkeit von solchen Ereignissen in Zukunft entwickeln wird. Und außerdem kann man damit intelligente Strategien entwickeln, um zukünftige Messkampagnen zu planen. Es ist nämlich so, dass wenn Leute viel wissen, dann können Leute auch viel reden und wenn Leute viel reden, dann kann es passieren, dass Leute aneinander vorbei reden. Das war leider auch der Fall bei die ersten Meetings von Digital Earth. Es wurde viel aneinander vorbeigerendet. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass man erstmal die richtigen Plattform bauen muss, dass es einen konstruktiven, sinnvollen Meinungsaustausch geben kann. Das ist uns auch eventuell gelungen, manchmal analog, manchmal digital, mit Hilfe von Software, mit Hilfe von Team Dynamics. Am Ende hat diese Kommunikation untereinander doch sehr gut geklappt. Wir sind immer noch dabei, diesen Paradigmenwechsel hinzubekommen. Wir haben uns aber auf die Agenda geschrieben, dass man, um Data-Driven Science, so wie wir das eigentlich nennen, hinzubekommen, man muss sich einfach treffen, man muss sich austauschen, man muss ein gemeinsames Ziel haben, eine wissenschaftliche Fragestellung, die man runterbrechen kann in mehrere kleine Packages, Work Packages, dann einen Workflow generieren und diese einzelnen Packages, die man generiert hat, so gut es geht, generisch aufzustellen. Und das ist nur möglich, indem man sich zusammen auf ein Ziel konzentriert und das dann auch durchzieht. Das tut manchmal weh und dauert lange und ist eine eher sehr raue Straße, die man fahren muss, aber das ist so, da muss man durch. Ich konnte gut in die Remote-Arbeit wechseln, unser Direktorium hat schnell reagiert und die Zeit für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder für Dienstreisen habe ich in die Arbeit investiert und auch für zu Hause. Ich sehe Telekonferenz-Tools und vor allem kollaborative Tools, wo man gemeinsam mit Kollegen in einem Dokument arbeitet, nicht nur in einem Dokument, sondern auch mit Datenanalysen oder einem Software-Code. Solche Tools habe ich in dieser Zeit besser kennengelernt und werde in der Zukunft weiterverwenden. Das Major Learning ist, dass es wichtig ist, die Infrastruktur auf flexible Arbeitsplatzkonzepte vorzubereiten, da die Beschaffung von Hard- und Software im öffentlichen Bereich relativ lange dauert. Auch muss man sich Gedanken machen, wie man die soziale Komponente bei digitalen Meetings besser implementieren kann, da diese relativ schwierig ist, wenn man sich nicht persönlich trifft. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, wir werden da nicht viel dran ändern, was wir an digitalen Projekten machen. Also digital ist ja nun mal digital und eben nicht treffend in Persona. Auf die Digitalprojekte hat das kein großes Problem, wenn man natürlich die Fachdisziplin anguckt, die Leute, die auch ins Feld müssen. Das ist schon üppig, was da geändert werden muss. Insbesondere, ich bin ja Marina-Forscher, wenn wir an unsere Schiffe denken, die dürfen immer nur halb besetzt werden. Und wenn das noch länger so weitergeht, dann haben wir wirklich ein Problem, unsere Wissenschaft dahingehend durchzuführen, dass wir alles machen können, was wir uns vorgenommen haben auf den Schiffen. Digital Earth ist ja ein Projekt, um wissensilos aufzubrechen oder zumindest, nein, nicht aufzubrechen, um sie miteinander zu verknüpfen. Und an allen acht Helmholtz-Zentren, die ja daran beteiligt sind, wird versucht, durch eine angeregte Diskussion mit den entsprechenden Partnern Verbindung zu schaffen zwischen diesen unterschiedlichen Wissensilos. Also wir haben Wissenssilos, wir haben ja acht Zentren mit unterschiedlichen Expertisen. Wir haben die Atmosphäre ganz groß dabei, wir haben den Marienbereich dabei und natürlich den terrestrischen Bereich. Und diese Leute allein zusammenzubringen und auf eine gemeinsame Nomenklatur von Worten, von Begriffen hinzuarbeiten, ist schon sehr anstrengend. Also das kann man nur dadurch machen, dass man sich wirklich trifft, trifft, trifft und eigentlich vor jedem Meeting immer so eine halbe Stunde eingrooven braucht, damit man sich wieder auf den gleichen Ländern bringt. Das machen wir top-down, indem wir sagen, okay, wir treffen uns, aber eben auch bottom-up, dass wir an den Zentren versuchen, das Datenmanagement mit den Data Scientists, mit den Naturwissenschaftlern noch enger zu verknüpfen und dann eben auch über die Zentrengrenzen hinweg Projekte anzustreben. Fehlerkultur, ich denke, so ein bisschen kann man das schon top-down anordnen, dass man nämlich sagt, lernt aus euren Fehlern und berücksichtigt die Fehler schon innerhalb des Projektes oder innerhalb eurer Arbeit. Also zu sagen, okay, wir wissen alle, dass Fehler passieren, aber sie müssen dann eben auch aus der Welt geschafft werden. Wissenschaftler machen das eigentlich, Wissenschaftler machen häufig, Anführungsstrichen, Fehler, weil sie irgendwas, sich denken, wie etwas funktioniert und dann feststellen, klappt gar nicht so, wie sich das gedacht hat und dann müssen sie eben nochmal zurück, nicht ganz auf Start, aber ein Stück zurück und dann schauen, wie sie, was ich, ihr Experiment oder ihre Ausfahrt oder die Probennahme besser gestalten können. Also Fehlerkultur ist Second Nature für Naturwissenschaftler, denke ich. Wir entwickeln ein Software-System für Data- und Sensormanagement von Grund aus zusammen mit Wissenschaftlern, die die Anforderungen stellen. Und das System hat bereits einen vorbildlichen Charakter, weil es am Ende die Wissenschaft einfacher macht. Mit zugänglichen Daten, Metadaten und Werkzeugen. Diese Kombination von Erfahrung in der Entwicklung und der Vision von unserer Leitung macht das System so besonders effizient und attraktiv. Ein Role Model für mich ist jemand, der ganz viele Erfahrungen gesammelt hat, sei es positive oder negative, sodass am Ende des Tages, wenn ich selber versweifelt bin, da kann ich mich immer fragen, was hätte er gemacht? In dem Sinne glaube ich schon, dass Digital Earth ein Role Model ist. Ich denke an die ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Das sind kaum Probleme, die die Institutionen alleine lösen können. Ich hoffe in der Zukunft, wenn die Institutionen sich diese Probleme angucken und vielleicht zurückblicken auf das, was wir geschafft haben und denken, okay, ja gut, so kann man es lösen und so eher nicht. Sie fragen, wie man acht Wissenschaftszentren zusammenbringt und ein funktionsfähiges Projekt auf die Beine stellt. Zum einen ist es die Leidenschaft, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Bei uns ist es das bessere Verständnis von Umweltprozessen. Es braucht Menschen, die ihre Komfortzone verlassen mögen und im Schnittbereich verschiedener Disziplinen an neuen Entwicklungen arbeiten. Es braucht viel Kommunikation, um die verschiedenen Kulturen, Sprachen und Konzepte zu verstehen und zueinander in Beziehung zu setzen. Und es braucht Werkzeuge, die dabei helfen, die verschiedenen Ansätze auf einen Nenner zu bringen und zu verbinden. In unserem Kontext sind das konzeptionelle und digitale Workflows, kollaborative, agile Softwareentwicklung, komponentenbasierte Softwareframeworks. Und zuallerletzt kommt hinzu, dass wir unser Projekt immer wieder evaluieren, um zu sehen, wo wir uns verbessern können. Digital Earth bietet mir die seltene Gelegenheit, mit vielen interessanten Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammenzuarbeiten und gibt mir so die Chance, meinen eigenen Horizont zu arbeiten. Mein Name ist Leonard Marien und ich bin Wissenschaftler am Climate Service Center Germany. Zusammen mit Informatikern im Helmholtz-Zentrum München untersuchen wir im Rahmen von Digital Earth den Einfluss von Hitzewellen auf die Häufigkeit von Herzinfarkten in Augsburg. Dabei analysieren wir mittels künstlicher Intelligenz die komplexen Zusammenhänge von Datensätzen zu Hitzewellen, Gesundheit, weiteren Umwelteinflüssen und der Bevölkerungsstruktur. Gerade für eine alternde Bevölkerung sind Klimawandel und Gesundheit immens wichtige Zukunftsthemen. Und wir hoffen, mit unserer Forschung einen Beitrag zum Erhalt und der weiteren Verbesserung von Gesundheit und Lebensqualität in unserer Gesellschaft leisten zu können. Mir gefällt an Digital Earth besonders, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernt und aus verschiedenen Fachbereichen und verschiedenen Zentren und in der Zusammenarbeit mit ihnen einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus bekommt. Wir hoffen halt, dass wir gewinnen oder dass wir gewonnen haben und dadurch eben die Sichtbarkeit nach außen einmal für die Gesellschaft, aber eben auch für unsere eigenen Kollegen, für die Wissenschaftler an den acht Zentren, dass das deutlicher wird, dass es diese Digitalisierung in der Wissenschaft gerade gibt, dass wir massiv dabei sind, auch auf nationaler Ebene, nicht nur innerhalb von Helmholtz, Digitalisierung voranzutreiben mit gemeinsamen Datenmanagement und dass wir eigentlich ein neues Zeitalter einläuten wollen, wie Wissenschaft gemacht wird. Wir sind ja gestartet, um die acht Zentren zusammenzubringen und parallel dazu hatten wir ein Infrastrukturprojekt Moses und ein Modellierprojekt, also Klimamodelle gerechnet werden, Ozeammodelle gerechnet werden, ESM heißt das. Dann haben wir gesagt, wir brauchen noch das vierte Paradigma in der Wissenschaft und das ist eben die Data-Driven Science. Und damit sind wir gestartet. Und dann war es ein Findungsweg, die entsprechenden Akteure zusammenzubringen, sich zusammenzuraufen, zu diskutieren, was man eigentlich unter bestimmten Termina versteht. Data Assimilation wird bei ganz unterschiedlichen Leuten ganz anders verstanden. Und sich da erstmal aufeinander einzuspielen, das hat einiges an Zeit gedauert und Mühe. Wir möchten natürlich unsere Erkenntnisse über das Digital Earth-Projekt hinaus weitergeben. Und deshalb arbeiten wir mit anderen Digitalisierungsinitiativen der Helmholtz-Gemeinschaft, zum Beispiel dem Data Hub, zusammen und entwickeln mit anderen Forschern unsere Ansätze und Methoden weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017